So, es geht ab Deutschland. Wir sind hier im Bettmobil. Bang-Mobil. Im Bang-Mobil. Ich muss euch den Begriff nicht näher erläutern. Farid Bangs Edelkarosse. Die nur dem Zweck dient als Fortbewegungsmethode. Auf jeden Fall. Mit großem Kofferraum, damit er immer Pakete tragen kann. Richtig. Wir machen heute einen Familienausflug. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Wo geht's hin? Ich würde mal sagen, heute gehen wir mal nach Belgien. Und wenn nicht, würde ich auch sagen. In Belgien nützt sich gut an. Du hast da die ein oder anderen Bekanntschaften, die wir mal anzapfen könnten, auf eine Cola. Also in diesem Sinne kommen wir mit nach Belgien. Yes. Ja, Bruder. Und jetzt noch eine Stunde sind wir da laut. Willst du dir ein paar Beats zeigen? Ja, zeig mal. Da bin ich nicht. Komm, 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 komm. Pong, komm, komm, komm. Ey, ey. Ich komm rein in die Laut. Ey, ey. Ich weiss, da müsst ihr uns... Ey, ey. Voll satt. Auf, Judy. Auf, Judy. Auf, Judy. Auf, Judy. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020